boys was geht ab heute reagieren wir mal hier auf den guten an die hier ansage an tom g 2008 ich weiß dass ihr an die nicht hören könnte aber was geht an die ok gut also wir schauen mal rein let's go heute machen wir eine kleine ansage und haben die 2008 aha erst mal gegen seinen tiktok-account dann gegen seinen youtube-account dann gemacht hat leute ok jetzt bin ich gespannt aber es einfach zu heftig ist ok jetzt bin ich auch raus einfach machen kurz diesen also ja Leute wir kommen als erstes mal zu seinem tiktok-account Tom ist viel zu lautiger jedes zweite Video ist einfach geklaut könnt ihr gerne nachgucken dann macht das die ganze Zeit wie ähm ähm wie Video Intro äh tom g 2008 und so blablabla obwohl es euch kommt damit und das macht man halt nicht äh die leute die das er macht ja ich hab das selber gemacht das hast du da selber gemacht einen schweiß das stimmt das stimmt was du da gemacht hast Leute das stimmt das ist doch wenn ich euch vielleicht auch woher Andi das kommt in seinem tiktok-account weil er es als auch und man versteht gar nix in deinem Wiesn-Diener und schon mal hübschen Kanal was was er lebt vielleicht einmal in der Woche wenn nicht mal ähm wie er den ganzen Abos und Abonnenten halt aha oh viel zu laut macht halt nur einmal in der Woche oder so weißt du dann check ich mich wenn er wenn er nur ein Video in der Woche macht oder selbst nur zweimal in der Woche nun dann passt auf YouTube nichts verloren nun viel Spaß und dann wir rassieren Andi im 1s1 in so einem Scheißdreck das passt mich so an jetzt meine Gäste noch so ne kurze Antwort auf Andi ähm ähm oder ähm man kann auch nur ein zwei Videos hochladen in der Woche und man bekommt trotzdem Abonnenten und so hallo Andi was sagst du dazu ja ok er macht's ah ja wahrscheinlich äh jede Woche nicht ein Video Hallo ok weiter geht's ja wo er macht ganz selten Videos aber egal ich war der Reiner dann wir haben so Boxfight gespielt so dieser bisschen aha und dann hat er halt zu mir gesagt ja ich war schlecht und dann hab ich halt dann war halt so ein Wege von mir ähm ähm bei ihm und dann hat er so gesagt ja stimmt du bist voll schlecht und dann hat er halt auf uns App geschrieben ja ich war und dann schickt er mir diese Sprachnachricht Leute hier die hier Andi du Penner aaaa du bist so ne Missgestalt geh dich vergraben keiner mag dich Digga geh dich vergraben und was sagst du dazu Tobi haha tschüss du Pisser ja ja diese Sprachnachricht obwohl ich bloß geschrieben hab dass es nicht ein Ehrenmann ist wenn man dann noch ihm zustimmt ja und dann machen sie komplett auf und sagen so Leute jetzt mal ganz kurz äh ja Tom das wirst du ja sehr wahrscheinlich sehen denn ja das geht gar nicht was du gemacht hast und ich wollte ja noch irgendwas sagen wie dass angeblich Tobi nie der Freund war von Andi Tom was ist da los achso Andi das hat Tom gesagt dass Tobi niemals dein Freund war ok Schwachsinn ja weiter geht's ich guck mal weiter gerade gehen soll diesdags ananas kriegt halt tierisch auf auch wenn ich das noch nicht überhaupt nicht provozieren ja genau du Tobi alles egal hat er von mir gelernt kotzt mich dann halt an also mach ich auch dieses dieses Projekt schlacken also dieses das ansagen Video halt ich würde eh ne Ansage zurück machen aber da kann ich halt auch nichts machen so leid machen und ich check halt nicht warum er 55 Abos hat ja ich schaue also er hat äh die meisten Abos hat er natürlich von einer Person und ich kenne auch noch einen Grund warum er Abos hat aber das würde ich nicht im Video sagen ok weiter aha und es wird auch viel zu laut egal der Innenraum wir sagen so ja die ersten zwei bekommen einen grünen Tanz von dem vierten und fünften und der dritte der dritte Platz muss halt gar nichts machen ja was passiert was passiert wir spielen mit Tommy die ganze Zeit und er hat dann gesagt er protestiert die ganze Zeit hhhhh ihr kennt den Deathrunner und er hat uns dann schon ausgemacht und spielt mit so nem Scheißdreck ok wo wir dann auch erst zum ersten Mal gespielt haben oder so ja Leute das stimmt was da Andy sagt heute äh der der Deathrunner also ja moin und was sagst du noch Andy okay du hast das Video heute aufgenommen oder ok einer zweit aha dann wir sind so 100 Level vor ihm weil das ganz einfach los 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 dann dann er liefte einfach er hat keinen Bock mehr gehabt wir sagen dann so ja er liefte ok Andy also an die Mister er hatte keinen Bock mehr er musste aufgehen seine ok ja er musste einfach aufgehen er hatte nicht Bock ich sag dir nach dem Video warum das ganz schön egal ob er zweiter oder erster ist ne schreibe dann so und äh ja taun du musst uns jetzt ähm grün hand schenken was macht er ja ne das ist doch grün nicht mehr was wir ja ja nicht mal so wir gehen mit ihm die letzte alte Hälfte ja ja das stimmt ich bin ganz ehrlich ganz ehrlich ja sowas kotzt mich einfach an ja sowas kotzt an ja das stimmt aber dann zu mir immer sagen höh pöpisse missgestalt soll er sich mal selbst angucken ooooh kenn er das hier warte moin das ist jetzt und jetzt noch das wichtigste vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren schaut bei und äh das Hauptvideo unten in der Videobeschreibung verlinkt Leute äh erster Link nein Andy lass es lass es er kann eh nix machen lass es nein wird er nicht macht er nicht das macht er nicht oder ich werd ihn auch mal fragen was er so macht oder so er macht es aber nicht und selbst wenn und vor allem Andi was soll er denn machen weil ja aber guck mal er hat dich beleidigt du ok weiter gehts ok Leute dann ist das Video doch nicht unten in der Videobeschreibung verlinkt weil er macht es auch privat er macht er doch privat was ich nicht verstehe aber naja wenn er geht ich mach es jetzt nur kurz so also leute wenn es euch gefallen hat lasst ein Like im Amo da und andere abonnieren und karte die nicht aber wie gesagt nicht was ab und ja bis zum nächsten Video tschau tschau ok Leute das wars dann auch mit diesem Video haut rein Tschau!